In diesem Video sehen Sie, wie Sie einen ausgedruckten und ausgefüllten Prüfungsbogen mit dem Smartphone scannen und auf Ilias hochladen können. Als Beispiel für eine Scanner-App dientier CamScanner. Es sind jedoch auch andere Apps wie Office Lens oder Adobe Scannen möglich. Öffnen Sie die kostenlose App CamScanner auf Ihrem Smartphone. Öffnen Sie die App erstmalig bereits vor einer Prüfung, da Sie sich zunächst durch einige Werbeanzeigen arbeiten müssen. Um einen Prüfungsbogen zu scannen, drücken Sie auf das Kamera-Icon. Die Seiten eines Prüfungsbogens sollten immer einzeln gescannt werden. Nun halten Sie das Handy mittig und gerade über die Seite. Achten Sie darauf, dass das Papier hell genug ausgeleuchtet ist, dass alle Ecken der Seite im Bild sind und die Schrift gut zu lesen ist. Drücken Sie notfalls mittig auf das Display, um die Schrift zu fokussieren. Wenn alles passt, können Sie nun auf das Kamera-Icon drücken, um das Papier zu scannen. Die App erfasst automatisch die Kanten und Ecken des Papiers. Diese können Sie aber auch manuell nachziehen. Ist die gesamte Seite erfasst und gut sichtbar, klicken Sie auf Weiter. In dieser Ansicht können Sie verschiedene voreingestellte Filter nutzen, um den Scan zu bearbeiten und ihn zum Beispiel aufzuhellen. Klicken Sie anschließend auf Speichern. Nun gelangen Sie in die Übersicht Ihrer Scans. Diese können Sie einzeln auswählen, indem Sie sie länger gedrückt halten, um sie beispielsweise zu löschen. Klicken Sie aus der Übersicht erneut auf das Kamera-Icon, um weitere Seiten eines Prüfungsbogens zu scannen. Achten Sie auch wieder darauf, dass die Seite vollständig erfasst wird und die Schrift gut zu lesen ist. Klicken Sie auf Weiter und speichern Sie den Scan. Nun sehen Sie beide gescannten Seiten des Prüfungsbogens in der Übersicht. Diese können Sie am Ende antippen, um sie nochmal zu überprüfen und notfalls erneut zu scannen. Führen Sie dies fort, bis Sie alle für die Prüfung eingeforderten Seiten gescannt haben. Alle Scans in der Übersicht werden am Ende von der App zu einem Dokument zusammengefasst. Benennen Sie dieses Dokument, indem Sie auf die Schrift oben in der Leiste drücken. Benennen Sie es mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer. Anschließend drücken Sie auf das PDF-Icon, um die Scans zu einer PDF zusammenzufügen. Diese können Sie sich dann nochmal ansehen. Beachten Sie, dass die maximale Datengröße für Uploads auf Ilias 10 MB beträgt. Ist Ihre Datei größer, müssen Sie diese zuvor komprimieren. Drücken Sie auf Teilen, um das PDF-Dokument auf Ihrem Handy zu speichern oder über das Programm Ihrer Wahl zu versenden. Es gibt diverse Wege, das Dokument auf Ihren PC zu transferieren. Sie können es beispielsweise in einem Ordner Ihres Smartphones speichern und per USB-Kabel auf den PC übertragen. Oder Sie schicken es sich direkt per Mail. Je nachdem, wo Sie die Prüfung auf Ilias absolvieren und hochladen sollen, kann die Ansicht abweichen. Hier sehen Sie die Dateiabgabe einer Übung. Klicken Sie auf Datei abgeben. Klicken Sie dann auf Datei hochladen. Nun klicken Sie auf Durchsuchen und wählen den Prüfungsscan aus. Spätestens hier muss die Datei mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer benannt sein. Klicken Sie anschließend auf Hochladen. Sie können die Datei nochmals herunterladen, ansehen und bei Bedarf löschen. In der Übungsansicht sehen Sie nun, dass Sie ein Dokument eingereicht haben.